Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Martin, hier dreht sich alles ums Thema Volleyball. Und heute starten wir eine neue Coaching-Serie, immer vor unseren Spieltagen. Bleibt dran, schaut es euch an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück auf meinem Kanal. Wie auch letztes Jahr möchte ich vor unseren Heim- und Auswärtsspieltagen immer ein Video in Sachen Coaching machen. Also verschiedene Themen aus dem Coaching-Bereich aufgreifen und mit euch besprechen, meine Lösungen dafür anbieten oder ein paar Lösungen aufzeichnen, die ich für glücklich halte. Insofern, wenn ihr da interessiert seid, verfolgt einfach unsere Spieltage, guckt, wann wir unsere Spieltage haben. Denn immer kurz danach wird ein Video rauskommen. Abonniert den Kanal, dann könnt ihr sowieso nichts mehr verpassen. Und ich freue mich, wenn wir dann gemeinsam unter den Videos in den Kommentaren womöglich das eine oder andere Thema wälzen und gute Lösungen finden für schwierige Coaching-Themen. Wir haben ja heute unseren ersten Spieltag hier in unserer Heim-Arena, in der Volksbank-Arena Hildesheim. Wir, die Grizzlies, spielen gegen den geilsten Klub der Welt, gegen die WWK-Wolleys aus Hersching. Ein, glaube ich, spannendes Spiel. Denn letztes Jahr sind wir uns zweimal auf Augenhöhe begegnet haben. Einmal gewonnen, einmal verloren. Und auch dieses Jahr wird es, glaube ich, ein enges Höschen. Und ich freue mich schon auf hoffentlich spannende Spielszenen und Ballwechsel. Und wenn ich noch Zeit habe, dann werde ich auch am Ende des Videos vielleicht noch ein paar Highlights aus dem Spiel einfügen. Für uns ist nun der erste Spieltag. Aber natürlich haben die meisten von euch sicherlich schon die ersten Spieltage hinter sich. Für uns ist daher heute besonders wichtig, dass wir eine gute Erwärmung haben und voll motiviert und positiv gestimmt in diesen Spieltag starten. Wir wollen natürlich einen guten Saisonstart erwischen. Denn der kann natürlich einen positiven Effekt für den Rest der Saison haben. Und insofern geht es darum, heute eine stressfreie Erwärmung zu haben. Und ein paar Dinge sind dafür wichtig. Und genau damit möchte ich heute auch anfangen in diesem Coaching-Video. Wenn ich über Erwärmung spreche, dann meine ich natürlich einmal die physiologische Erwärmung, also die Körpererwärmung. Und da ist natürlich wichtig, dass einfach alle Spieler optimal für das Spiel vorbereitet sind. Und wenn ich sage alle Spieler, dann meine ich das auch, nicht nur die Starting Six muss fit und warm sein und gut vorbereitet. Sondern auch die Auswechselspieler sollen einfach ein gutes Gefühl haben, auch wenn sie erst mal auf der Bank Platz nehmen. Dabei ist es eben wichtig, dass alle Spieler beteiligt werden und auch nicht einer über Pace und der andere noch kalt ist. Sondern dass ich es eben insgesamt sehr homogen hinkriege. Dass der, der etwas mehr braucht, seine Zeit und seinen Raum hat für seine Übung, die er machen möchte. Und andere Spieler, die vielleicht eher es lau haben müssen, dass die einfach auch entsprechend geschont werden. Weil sie einfach vielleicht nicht so den Umfang brauchen oder die Intensität wie andere. Wenn wir über die mentale Erwärmung sprechen, dann geht es natürlich darum, stressfrei in diesen Spieltag zu gehen. Und natürlich positiv gestimmt, voll motiviert. Und dementsprechend ist das richtige Coaching bereits über die letzten Wochen, aber zumindest in der letzten Trainingswoche wichtig, dass man sich mental gut auf diesen Spieltag vorbereitet. Gerade wenn es der erste Ende der Saison ist. Ich habe dazu bereits ein Video gemacht für das Thema Erwärmung, also physiologisch und mental. Das verlinke ich euch gerne oben in der Ecke, da könnt ihr nochmal drauf zugreifen. Ansonsten gibt es eben auch hier ein paar Infos dazu. Daher gilt also für meine Erwärmung, dass ich die durchaus intensiv gestalte, aber allen Spielern Raum lasse, auch das Ganze etwas langsamer anzufangen. Also die Übung zwar intensiv vorgebe, aber wenn ein Spieler eben sich ein bisschen rauszieht, dann gucke ich ihm genau in die Augen und sage ihm oder messe eben ab, inwieweit das in Ordnung ist, weil der Spieler eben selbst ganz genau weiß, was er braucht und was er nicht braucht, um nachher optimal im Spiel auflaufen zu können. Neben der physiologischen und psychologischen Erwärmung ist dann natürlich noch die taktische Einstimmung wichtig. Wir haben natürlich unseren Gegner umfangreich gescoutet, diverse Möglichkeiten gehabt, uns das gegnerische Team schon mal vorab anzugucken. Das ist gerade für euch in der Hinrunde schwierig, denn in den unteren Klassen, da gibt es meist keine Videoaufzeichnung oder keine statistischen Auswertungen. Insofern seid ihr da vielleicht auch befreundete Clubs angewiesen, vielleicht kennt ihr die Mannschaften auch noch der letzten Saison. Aber zumindest ist es natürlich hilfreich, wenn man ein wenig Wissen über das gegnerische Team mitbringt, um dann einfach darauf schon mal angemessen reagieren zu können, sich darauf einzustellen, was erwartet uns am Spieltag und wie können wir damit am besten umgehen, welche Optionen haben wir, wenn etwas nicht so klappt, wie gedacht. Und das ist einfach eine super Sache, denn mit diesem beruhigenden Gefühl spielt es sich einfach besser, wenn man einfach weiß, wir haben einen Matchplan, wir wissen, was auf uns zukommt und haben gute Lösungswege parat. Okay Leute, das soll es gewesen sein. Hier geht es langsam scharf, die Jungs machen sich so langsam warm. Ich drehe mich mal ins Bild, dass ihr das sehen könnt. Ja, beide Teams machen sich jetzt so langsam warm. Das ist so die Erwärmungsphase, wo alle Spieler selbst ihre Übungen machen können oder das, was sie brauchen. Viele möchten 2 gegen 2 spielen. Ihr seht auch hier die Gäste aus Hersching, die heute extra in Lederhosen spielen, weil wir hier Oktoberfest haben. Und dementsprechend haben sie ihr Heimtrikot auch heute ausnahmsweise einmal auswärts an. Eine sehr schöne Sache, wie ich finde. Sehr nett, dass sie diesen Spaß bei uns mitmachen, wenn wir das Motto Oktoberfest hier heute durchziehen. Und auch unsere Jungs hinten bei uns im Bild, seht ihr, kommen langsam aufs Feld und fangen an mit denen Rollen und ihren Präventionsübungen. Insofern, ich freue mich aufs nächste Video. Wir spielen bereits Dienstag in Berlin gegen Recycling. Sicherlich ein Spieltag, der sehr schwer für uns wird, aber mental eben vielleicht ein leichtes Spiel. Wir sehen uns dann, macht's gut, tschüss und bye-bye, euer Martin. Wir sehen uns dann, macht's gut, tschüss und bye-bye, euer Martin. Wir sehen uns dann, macht's gut, tschüss und befreundet. Das ist auch noch ein Segel, also das ist ein Segel bei dem Park. Das war's für heute. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Vielen Dank.